Und wieder ist es soweit. Die Musikpost ist das Magazin für Schlager und Volksmusikliebhaber. Und die neue Ausgabe bietet wieder viele Informationen aus der Musikwelt rund um Melissa Naschenwellen, die Gruberthaler, das Schneiderwitt-Trio und vieles mehr. Im VolksTV Extra gibt es erste Einblicke der neuen Sendung Aufgeschaut mit Clara, Daniel und Herrn Kahl. Also, holt euch jetzt die Musikpost oder bestellt ganz einfach das Musikpost-Abo unter Musikpost 1 Siedelei Gasse 14 3 1130 Wien.